Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie isoliere ich, Schall isoliere ich und diffudiere ich meinen Proberaum. Und hier geht es jetzt einmal ganz kurz darum, wie ich denn überhaupt die Matten anbringe. Ich hatte jetzt letztens einen guten Bekannten hier, etwas älter schon, schon in Frührente und Handwerker, sag ich mal. Und er sagt, ja, da musst du dann hier, musst du mit doppelseitigem Klebeband machen, klebst du dir dran. Nein, mache ich nicht. Habe ich mal ganz, ganz am Anfang gemacht, als ich jung war. Und die werden genagelt. Da sieht man einen Nagel zum Beispiel. Wo sieht man noch einen Nagel? Da sieht man einen Nagel. Da sieht man einen Nagel. Die halten so wunderbar, man kann sie wieder lösen. Und das Kleben ist echt schwierig, wenn man es zum Beispiel an der Tapete macht oder auch hier so an so einer Holzverteflung. Das ist einfach, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn der Kleber gut losgeht, okay, aber wenn das einfach mal so zehn Jahre da drauf klebt, sag ich mal, und ihr es dann löst, habe ich die Erfahrung gemacht, dass einfach Kleberückstände und so sind. Und so hat man jetzt maximal vielleicht hier und da mal ein paar Löcher. Man muss halt gucken, was man nachher blöder findet. Mit Kleberückstände oder vielleicht ein paar Löcher. Und in allen Mietwohnungen, wo ich war, wo ich die dann, naja, genagelt habe. Weil die brauchen im Endeffekt nur an den vier Enden oder oben und unten, je nachdem wie groß sie sind, man dann da einfach nur einen kleinen Nagel. So, und jetzt haben wir hier, ähm, wir haben jetzt hier hinter, das ist diese erste Schicht, seht ihr. Das waren die sechs Millimeter, also sechs Zentimeter, nicht sechs Millimeter, sechs Zentimeter. Das sind hier die drei Zentimeter. Die habe ich einfach nochmal drüber gepackt. Dahinter ist das Kellerfenster, was ich mit Schaumstoff geschnitten habe. So, und den sehen wir hier noch, na, und davon drei Lagen, also auch relativ dick, weil das Kellerfenster ist die Schwachstelle hier im ganzen Proberaum. Und dann habe ich hier noch zehn Zentimeter, ich gehe mal andersrum, seht man es ein bisschen besser, zehn Zentimeter Spitzen, die sind schon ziemlich geil, oder? Und auch die klebe ich nicht, damit wir hier, wir haben hier ein Spielraum, guckt mal. Auch hier oben. Das ist nur oben festgenagelt, das alles hat hier ein bisschen Spielraum. Das ist von mir so beabsichtigt, dass hier Luft drin ist. Das diffudiert immer den Schall. Damals hat man, um zum Beispiel in Schlössern oder in Burgen, um Wärme, na ja, so ein bisschen zu isolieren, hat man, ihr kennt vielleicht diese Wandteppiche, die waren natürlich auch dazu da, dass es schön aussah, aber die waren auch dazu da, um die Kälte, beziehungsweise die Wärme ein bisschen einzudämmen oder, na ja, abzuhalten und wenn die so leicht von der Wand hängen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte meinen Proberaum mit Teppichen Schall isolieren, dann kann man das machen, aber klebt sie oder nagelt sie nicht direkt an die Wand, sondern macht so ein System, dass sie ein bisschen von der Wand hängen, damit sie ein bisschen, na ja, Spiel haben. Könnt ihr nachlesen, gibt es ganz viele, boah, Forumbeiträge zu oder so. So, aber das sind halt jetzt hier schöne Möglichkeiten, das zu machen. Diese, die hier und die hier waren, na ja, die waren schon nicht kostengünstig. Die habe ich jetzt noch gar nicht irgendwie festgemacht, die habe ich jetzt einfach nur so dahin gepackt, weil hier oben wird das auch nochmal alles mit, es wird im Endeffekt alles voller Schalldämmmatten sein. Nur, das ist hier oben Beton, da muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich sie anbringe. Vielleicht klebe ich sie hier tatsächlich, muss ich mal gucken. Und hier hinten habe ich zum Beispiel an der Theke, habe ich das vorhin auch schon hier genagelt und hier ist halt Stein hinter. Und ja, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass da ganz schwierig die Nägel reingehen. Deswegen habe ich es hier halt geklebt, dahinter. Die Latte hält jetzt da so ein bisschen Druck drauf und dann werde ich mal schauen, ob das dann da hält. Sieht halt so aus, ne? Und wir gucken mal. So, um hier nochmal zurückzukommen, ihr habt jetzt gerade hier diese, die nagel ich nichtmals, sondern ich nehme einfach meine Nägel, die ich hier habe und stecke die da rein. Ich mache das jetzt mal hier so in der Mitte einmal, weil hier habe ich nämlich noch drei, die kommen da noch rein. Und dann nehme ich hier einfach, das ist ganz, ganz blöd, ganz trivial, aber ich nehme einfach hier den Nagel und stecke ihn rein und durch, quasi durch die Schaumstoffmatten hält das einfach. Ihr seht hier, ne? Ich kann hier so machen, wir werden ja beim Proberaum hier nicht alles immer so drangehen oder runterreißen, sondern, ne? Ihr seht, das hält. Und da ist einfach einer reingestellt. Das ist nicht reingenagelt, sondern einfach nur reingedrückt. So, ich mache das mal, so. Ein bisschen schwierig hier mit dem Licht. Und schwupp, hält das. No, und das mache ich jetzt hiermit auch. Das werde ich jetzt so ein bisschen so versetzen um 90 Grad, dass es halt so aussieht. Und dann haben wir, glaube ich, meiner Meinung nach hier schon eine extreme Schalldämmung. Ich werde hier vielleicht noch in die Mitte was reinsetzen, dass es halt hier vielleicht noch, hier so dieser Übergang noch ein bisschen besser aussieht. Aber das wäre jetzt schon mal das Ganze. Na, schaut mal. Da sieht es schon ganz nett aus. Das wird auch alles noch nach oben positioniert und das geht in die Ecke. Das ist jetzt einfach erstmal nur, damit das da festhält. Und dann hoffe ich mal, dass man draußen nicht so viel hört. Aber man hört jetzt auch schon nicht mehr viel. Also wie gesagt, ich habe eine Dezibel-Messung gemacht. Und vor dem Fenster, ich war vor dem Fenster und als dann hier gespielt wurde, sehr laut, kamen 70 Dezibel raus. Das ist noch im vertretbaren Sinne. Da war aber hier noch nichts abgedämmt. Da war nur die Schaumstoffdinger im Fenster drin. Und alleine jetzt, wenn ich jetzt hier rede, merke ich schon, dass weniger Raumklang ist. Ja, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.